Hallo liebe YouTuber, hier ist wieder Dudorino. Heute möchte ich noch das Ende von einem Game zeigen, wo ich meinen Spezialisten eingeweiht habe. Wie ihr seht, ich habe zwei Tote. Davon war einer in der Runde 1, einfach weil ich diese Anfangslags hatte, dass mein PC nicht schnell genug rein war. Und ich habe meinen Spezialisten jetzt mit Flammenwerfer und Medikits gesehen, gespielt, wie ihr hier seht. Die Medikits lege ich immer an diese vier Punkte, da man so hier drin wirklich in der Küche perfekte Kreise rennen kann. Und natürlich habe ich da noch den Flammenwerfer dabei, um auch wirklich genügend Punkte zu machen. Wie ihr seht, es ist halt gerade grausig lecky, aber ich wollte euch das trotzdem noch zeigen. Man kann Fireteam extrem alleine durchspielen. Wie man sieht, es gab jetzt insgesamt 2,5 Millionen und 11.000 Punkte. Ziemlich ordentliches Ergebnis. Und damit hätte ich den Spezialisten auch jetzt mal gebührend eingeweiht, würde ich sagen. So, jetzt kommen wir noch zu den XP und GP, die man bekommt. Okay, es wurde nicht angezeigt. Aber ich habe mein Rank 1 Fireteam Maniac fertig auch noch. Jo, danke fürs Zuschauen und ciao.